Dieser Ford Transit mit Tageszulassung steht hier zum Verkauf. Drei Personen haben in diesem großen weißen viertürigen Transporter Platz. Der Transporter verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Bordcomputer, ESP, Klimaanlage, Wegfahrsperre, Tempomat und noch vieles mehr. Das 6-Gang-Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 125 PS. Auf 100 km liegt der angegebene Verbrauch des Diesel bei 5,1 Litern. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 23.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Autohaus Ködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Institutzer Preis. Banan Meierast. Schatz. Das ist schon cool. Das ist schon cool. Das wurde ich dir soll. Vielen Dank.